Puh! Okay. Hey! Würdest du den Leuten erklären, was sie mir genau heute machen? Sollen wir das tun? Ich weiß es nicht. Das war doch was Straight Outta Nova. Die werden verstehen, was passiert. Ja. Also, ich sah ein Video von Männern und Frauen. Meistens Männern. Weil es waren Dad-Jokes. Also, durch die famose Idee, wir zelebrieren das im ähnlichen Sinne. Es ist jetzt total simpel. Es ist eventuell gar einmal lustig. Aber ich finde, das ist ein Hammer. Wir machen einfach eine Minute Videos von denen. Bis irgendjemand das lustig findet. Also, wir werden uns gegenseitig Witze erzählen. Ganz kurze, simple. Und wenn der andere lacht, gibt's einen Punkt. Am Ende lösen wir dann auf, was der andere gewinnt. Soweit zur Flut. Zur Flut. Okay. Willst du beginnen? Also, meine sind gefühlt alle auf Englisch. Meine sind gefühlt alle auf Deutsch. Interlaterale. Du hast alle auf Englisch. Ja. Ich fange mit einem ruhigen, gemütlichen Einsteiger. Steige ein. Sarkasmus ist ja schön und gut, aber dieses Guten Morgen geht mit, finde ich ziemlich übertrieben. Das war ja gar nichts. Ja, richtig. Eben. Ein gemütlicher Einsteiger. Im Fall, du hast gestockt. Gibt's einen Minuspunkt? Vortrag 4. Was hat der Drummer seine Stöhne genannt? Einer 1 und einer 2. Ist das schlecht? Nicht lustig. So, okay. Was machen Pilze auf einer Pizza? Als Belag fungieren. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey. Hey, oh, hey. Fungi. Next one. Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was too tired. Ah, come. Okay, fuck. Ich habe den Joghurt fallen lassen. Sagt man den Joghurt? Das Joghurt? Das Joghurt, glaube ich. Ich habe das Joghurt fallen lassen. Es war nicht mehr haltbar. Oh, komm. Schon gut. Scheiße. Ich nehme mich über das noch ein bisschen. Hm. Nein, vor allem finde ich es gut, dass ich die Frau eine Viertelstunde gesucht hat lassen, ohne dass ich irgendwo rausgeschickt hätte. Das war schon nicht schlecht. Aber weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Oh, bitte. Ehrlich. So, so simpel. Billig und traurig. Ja. Boah. Kein February-March. So, fuck. Warum ich lange brauche? Das ist mal ein Witz. 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 Hä? Das ist mal ein Frog. No. Right. But April and May. Okay. Ah ja. Ich hab's so lang für das Wort. Ich find's schon geil, dass du einfach bei der Frau gehst, ob mein das ist ein Schmelz. Ja, ja. Knusper, knusper, knäuschen. Wer knabbert an meinem laktosefreien, vegan, glutenfreien, mit Stevia gesüssten Fairtrade Biohäuschen? Hexe 845. Geht mit der Zeit, um Menschen anzulocken. Hexe 800. Wie viel. Oh, fuck my life, okay. Okay. Ah, das ist okay. Puh, okay. Why can't fish cry? Why can't fish cry? Because they're in the water. Because they got no eyebrows. Puh, okay. Schade, da sieht der so ein Stückwunden an. Name, Doppelpunkt, Sebastian. Vorname, ich bin zu dämlich Formulare auszufüllen. Das ist ja Daily Struggle. Man hat doch einen Witz über mich selber. Die nehme ich voll ernst. Okay. Was? Pular, Pular! What do Pulabeers eat for breakfast? Frosty Flakes. Da steht noch ein Tiger drauf. Macht sie. Mach sie. Julia. Hey Romeo, was machen wir heute noch? Romeo, ich richte mich nach dir. Du hast ja noch näher Jomio und Julia gesagt. Jomio! Das ist geil, ich erzähl dir jetzt, weil ich ihn selber check. What do you call a fake noodle? An Impasta. Wirklich? Du checkst ihn. Du checkst ihn, oder was? Ich gucke, wenn ich mich catch in, das Spiel Among Us. Ja. Da nennt man die Leute, die die anderen killen, Imposter. Also die Verräter. Oh, Wortspiel. Ich habe mich vorhin ausgesperrt, war ganz aus dem Häuschen. Stell dir vor, du wohnst in einem Volklunden Haus. Voll traurig. I will call you later. Don't call me later. Call me dad. Daddy? Ich habe jetzt einen schwarzen Witz. Alle, die es nicht sehen wollen. Einfach zwei Sekunden. Zwei Sekunden sind jetzt schon vorbei. Dass sie zum schwarzen Witz kommen. Ach so, das ist ja. Von Schwarzen für Schwarze. Ich lache. Doch warum gewinnt ein Schwarzer jedes Wettessen? Anfängerglück. Ja. Also ich finde den schon sehr gut. Why are elevator jokes so classic and good? They work on many levels. Oh. So wie through? Oh, no, no, no. Der ist aber scheisse. Oh. Wie viel wiegt eine Frau? Frag mich bitte was leichteres. Oh, du bist ja ein bisschen Bodyshaming angebracht. Sehr gut. Two Peanuts were walking down the street. One was assaulted. Oh, das ist ja so entscheidend. Man höre mich gerade selbst. Ha, 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 ha. Ja, ich habe noch so einen ganz billigen Zuschluss. Computer typen. Computer typen. Computer typen. Computer typen. Wie nennt man jemanden der von hoch ausspringt. Absolut. Am Boden zu steht. Ich gehe jetzt mal stehen. Wie viel Tee ist da noch eigentlich. Sit in gott da unten. Drinking the beer! What do you call a fish with two knees? A two knee fish! Wow! Das ist eine Scheisse! So, mein letzter schwarze Freund. Oh! Oh! How does a penguin build its house? I don't know how... It glues together. It glues it together. Yeah, it glues. Iglus. Iglus! Ah, du Scheisse! Da ist uns wohl ein Draco im Arsch verendet. Ja, voll schade eigentlich. Hat aber schon gepasst. Ciao, bitte! Ciao!